HomeQuadrat, die neue Messe für Immobilien, Bauen und Modernisieren im Norden. Hier in der Region ist tatsächlich Wohnungsbau, Wohneigentum ein Riesenthema und insofern kommt die HomeQuadrat genau zum richtigen Zeitpunkt. Also jeder, der sich über Bauen, Eigentumserwerb, Finanzierung, Modernisierung informieren will, der findet hier die Antworten. Auf 10.000 Quadratmetern präsentieren 175 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Ein vergleichbares Themenspektrum bietet keine andere Messe in der Metropolregion Hamburg. Wir wohnen momentan zur Miete und das ist halt einfach für uns zu teuer, sodass wir denken, wir wollen was investieren. Und es gibt einfach so ein irre großes Angebot im Internet und ja, mal so ein bisschen in der Ordnung reinzukriegen und gucken, was ist realistisch. Deswegen sind wir hier. Auf anderen Messen ist viel Laufkundschaft. Die möchten aber nicht wirklich was kaufen oder interessieren sich nicht wirklich dafür, sondern es ist einfach mal ein schöner Ausflug. Und hier ist es tatsächlich so, die Leute interessieren sich dafür, die bauen gerade, die haben vor, was zu renovieren und möchten auch wirklich Informationen dafür haben. Also wir haben einen sehr, sehr guten Rücklauf. Also die Kunden sind auch sehr fachbezogen, sehr interessiert, gerade was so diese relativ moderne Technik der smarten Gebäudeenergienutzung angeht. Die Menschen stellen aufwendig konkrete Fragen und ich denke mal, die Messehallen hier, das ist schon ein ideales Forum und das wird auch, wie man hier auch sehen kann, ja sehr, sehr gut angenommen. Rund 10.000 Besucher kamen zur HUM Quadrat 2017. Eine erfolgreiche Premiere. Am wichtigsten ist für uns ja erstmal, dass die Aussteller zufrieden sind, dass sie ein positives Feedback geben. Und das ist der Fall. Das ist ein Thema, das wachsen wird. Da bin ich fest von überzeugt. Also wenn wir im nächsten Jahr sozusagen um diese Zeit hier stehen, dann gehe ich davon aus, dass wir schon aus dieser Halle herausgewachsen sind. Und insgesamt bleibt es ja ein wichtiges Thema, nicht nur hier in Hamburg und Umgebung. Insofern völlig positives Feedback und positive Resonanz. Die HUM Quadrat ist am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt gestartet. Und Hamburg hat endlich eine Immobilienmesse dort, wo sie hingehört, nämlich mitten in der Stadt. Fortsetzung folgt in 2018.